Das war eines der ersten Interviews, die wir geführt haben, nach zwei Wochen, als ich gehört habe. Das ist immer richtig gut. Aber es kommt, wenn Sie sich darüber hören, ne? Das ist generell gut. Ich habe ja keine Gedanken, ich bin in München. Ja, ich habe den gut genießen. Das war eines der ersten Interviews. Das war eines der ersten Interviews.